Wir haben acht bis zehn angeschrieben und haben diverse Offerten bekommen und haben aber nachher den Matt gefunden und nach dem ersten Treffen, den wir mit dem Matt hatten, war sowieso klar. Perfekt. Es war wie ein Freitagabend. Ja, in dem Beginn war es etwas weird, da zu stehen und die Bilder zu nehmen. Aber nach nur zehn Minuten fühlte ich mich sehr komfortabel. Mit den Verlobungsfotos hat Matt Visitenkarten gemacht, mit hinten drauf die Webadresse, das Login für die Galerie, wo man die Fotos anschauen konnte. Es war wirklich der beste Tag in meinem Leben. Ich würde sagen. Ich weiß, das ist die lustige Sache. Ich ging zurück zur Schule und alle Kinder fragten mich, Frau Katie, war es der beste Tag in deinem Leben? Und ich dachte, ja, es war es. Unser Eindruck von Matt als Fotograf ist sehr professionell. Also total durchorganisiert, von A bis Z, überlässt nichts dem Zufall eigentlich. Und das hat uns sehr beeindruckt. Also es war sehr zurückhaltend, immer im Hintergrund gewesen. Aber doch präsent. Und doch präsent und die besten Momente und alles fotografiert. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass er da ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er draußen oder draußen war. Und ich sah, dass er Bilder macht. Aber ja, es war... Ja, es war einfach überall und nicht überall. Ja. Er war überall. Ich weiß nicht, wie er das macht. Aber er war überall. Always. Alles. Alles. Einige Bilder, die wir von unserer wedding bekommen haben, war, dass du nicht selbst wusste, dass du Bilder hast. Ja, die besten Bilder waren einfach... Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er sah einfach den perfekten Moment. Einfach. Und das macht all die Unterschiede. Das Fotoalbum, das Matt gemacht hat, bedeutet uns sehr viel. Es ist halt ein Buch, das man immer wieder führernimmt, immer wieder anschaut und uns an diesen Tag erinnert an unseren schönsten Tag, den wir gehabt haben. Having the book in the hand is... Like, it's really heavy. It's huge. It's again like bringing us back to the wedding and looking at the pictures again. I mean, we saw the pictures online like for a hundred times already, but it's still... It's different having the pictures on a book. It has something about holding that heavy leather book in your hands and going through it, that's just... And it's like what your parents, you know, used to sit down when you're young and go through your parents' album. You know, it's something that sticks in tradition and carries on and on. Yeah, that's exactly why. When I got that book, I'm like, this is a book we can show our children and our grandchildren. And that was our day and, you know... Books will always be there. I think it was also really important to us to have the whole story from the beginning to the end, like the whole day and just to have all the pictures and not just like family pictures or portraits. Because from the morning to the morning, every moment is really special. And it's also important to hold it in the photo book. So, I would take everything in the whole package. You've got to have a guy that is going to bend over backwards for you. That's true. I mean, he did, he did bend over backwards for us and he was happy to do it, you know? Yeah. And photography, I mean, I could never have asked for anyone better, you know? Because a lot of friends... I can take pictures, I can take pictures, anyone can take pictures. But we chose Matt and what we got is, yeah, quality. Yep. And he's a nice guy, so we were having a laugh all the time. So now we have a friend as well. Yeah.